Hallo, grüß euch. Ihr seid heute bei uns im Rana. Ich bin die Sigi Schummer. Ich bin zuständig für das Service und das Wohl der Gäste hier draußen. Das ist mein Mann, der schwingt das Zepter in der Küche. Grüß euch, ich bin der Philipp und ich werde euch jetzt sagen, dass nicht nur die Rana unser Namensgeber sind, sondern dass man auch viele tolle Socken damit kuchen kann. Rauner Linz. Unverwechselbarkeit kann man auch durch die konsequente Umsetzung eines Themas, wie etwa rote Rüben, umgangssprachlich Rauner genannt, schaffen. Hier gibt es sogar einen hausgemachten Rauner Eistee. Was besonders beeindruckt ist die hohe Professionalität, die sich durch alle Bereiche von der Einrichtung bis zur Website zieht. Wenn man nichts dem Zufall überlässt, kommt der Erfolg eben fast von alleine. www.raunerrestaurant.at 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 www.rauneroesteaurant.at www.raunerrestaurant.at Vielen Dank.